Frauen operieren wie Treibsand. Desto härter du es versuchst, desto schneller wirst du sinken. Desto weniger du tust, desto mehr Anziehungskraft wirst du erzeugen. Wenn von Anfang an kein Interesse da ist, versuch's gar nicht erst. Hat die Frau wirklich Interesse an dir? Das kannst du ganz schnell herausfinden und ich verrate dir auch wie. Du wirst in der Lage sein zu erkennen, ob sie wirklich interessiert ist und wenn nicht, dann musst du die Reißleine ziehen. Sie wird deine Zeit sonst nur damit verschwenden, um ihren Durst nach Aufmerksamkeit zu stellen und wird dich für Dienstleistungen ausnutzen. Ja, das ist die bittere Realität. Like das Video und abonniere meinen Kanal, um zukünftig keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Frauen sind Experten darin, ihre Gefühle von Männern zu verheimlichen. Denn sie weiß ganz genau, dass wenn sie zu dir kommt und sagt, dass sie kein Interesse an dir hat, sie deine Aufmerksamkeit nicht mehr kriegen wird. Und das will sie sich natürlich nicht entgehen lassen. Ihr müsst verstehen, Aufmerksamkeit ist für Frauen wie eine natürliche Droge. Sie will es unbedingt haben, also verhält sie sich instinktiv lieber passiv und gibt ihr meistens mehrdeutige Antworten oder Aussagen wie Ich muss einen Typen erstmal kennenlernen, bevor ich Sex mit ihm habe. Ich liebe diesen Spruch. Schon seit Jahren breche ich in Lachtränen aus, wenn eine Frau solche Sprüche raushaut. Egal ob bei mir oder bei Freunden. Der schnellste Weg, um herauszufinden, ob eine Frau Interesse an dir hat oder nicht, ist ganz einfach. Du musst sie in die Enge treiben und ihr nur eine von zwei Möglichkeiten lassen. Sie hat nur zwei Optionen. Entweder will sie sich mit dir treffen und abhängen oder du brichst den Kontakt vollständig ab. Es gibt nur ein Ja oder Nein. Ein Alpha weiß seine Zeit wertzuschätzen. Zeit, Ressourcen, Aufmerksamkeit sind seine Währung, die er der Frau gibt und er gibt sie nicht kostenlos daher. Nice Guys haben Angst, den ersten Schritt zu machen, um sexuelles Interesse zu zeigen. Der Nice Guy glaubt, er muss eine Frau erstmal zu drei bis fünf Dates einladen und nach dem fünften Date kann er sie endlich zu sich einladen. Dann kann er Kerzen anzünden, ihr Blumen kaufen und eventuell ist sie dann bereit, Sex mit ihm zu haben. Nein, 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 nein. Oh Gott. Dann sagt sie sowas wie, sorry, aber ich hab kein Interesse. Können wir nicht erstmal Freunde sein? Und du hast all diese Zeit sinnlos verschwendet. Und ich muss hier die ganze Zeit lachen, weil das so lächerlich, aber einfach die Wahrheit ist. Ja, so denken Nice Guys. Frauen lieben Männer, die Dominanz ausstrahlen und reagieren. Sie lieben Männer, die kein Problem vor Abweisungen haben. Genau diese Gleichgültigkeit macht den Bad Boy so anziehend. Der schnellste Weg, um herauszufinden, ob sie Interesse hat oder einfach nur deine männliche Aufmerksamkeit möchte, ist sie direkt auszufragen. So kannst du Frauen, die nur auf deine Aufmerksamkeit aus sind, sofort aussortieren. Wie gesagt, sonst benutzt sie dich nur. Es gibt viele Nice Guys da draußen, die Textkumpel von Frauen werden. Jetzt hör schon auf mit der Scheiße, ja? Permanent mit ihr herumschreiben und denken, nur weil die Frau Zeit in die Kommunikation investiert, würde sie Interesse zeigen. Nein, sie zeigt Interesse daran, männliche Aufmerksamkeit aus dir herauskitzeln zu wollen. Ich will euch auch mal schnell eine rote Flagge mitgeben, wenn eine Frau sagt, sie hat einen männlichen besten Freund. Große, rote Flagge. Nimm mal ihr Handy, schreib diesem besten Freund mal in ihrem Namen, dass du Interesse hast und du ihn heute Nacht sehen willst. Smiley mit roten Bäckchen. Der beste Freund wird schneller bei ihr sein, als du gucken kannst. Ich habe diese Diskussion schon mit so vielen Frauen gehabt. Andauernd. Sie wollen uns Männer echt für dumm verkaufen. Männer und Frauen sind nicht nur befreundet. Also, sobald du die Nummer von einer Frau hast, sobald du anfängst, mit ihr zu reden oder zu schreiben, fragst du sie sofort, ob sie Zeit hat, sich mit dir zu folgendem Zeitpunkt an folgendem Ort zu treffen. Du solltest halt vorher wissen, was du mit ihr machen willst und wann. Dann fragst du sie, ob sie Lust darauf hat. Wenn sie sofort Ja sagt, hat sie Interesse und in allen anderen Fällen sucht sie nur männliche Aufmerksamkeit. Kontaktabbruch. So einfach ist das Leben, Leute. Konnte ich ja nicht wissen. Ich wiederhole. Versuch nicht, sie irgendwie überzeugen zu wollen, sich doch mit dir treffen zu wollen. Du bist der Preis. Sie wird nämlich ihre Wartespielchen sonst mit dir spielen. Sie wird dich friendzonen und benutzt dich für gewisse Dienstleistungen. Eine Frau, die wirklich Interesse an dir hat, wird definitiv Zeit für dich finden. Sie wird jeden Termin absagen, um sich mit dir zu treffen. Sie wird Berge versetzen. Punkt. Kommen wir mal zu der Blupil-Frage. Scheiße, Leute, tut mir leid. Ich versuche, mich hier zusammenzureißen. Ich zitiere. Aber ich muss ihr doch erstmal zeigen, wer ich bin, damit sie Interesse entwickelt. Die Anziehungskraft kommt schon in der ersten Minute, wenn sie dich erblickt. Es nennt sich natürliche Anziehungskraft. Du hast darauf ab dem Moment, wo sie dich erblickt, schon keinen Einfluss mehr darauf. Wenn sie sich nicht zu dir hingezogen fühlt, will sie sich nicht zu dir hingezogen fühlt, will sie auch keinen Sex mit dir haben. Und du brauchst es nicht weiter versuchen. Sie wird vielleicht mal mit dir schlafen, wenn sie merkt, du bist für gute Dienstleistungen gut. Aber wirklichen Spaß wirst du nicht mit ihr haben. Und wirkliches Interesse wird sie auch nie an dir zeigen. Die meisten Männer machen nämlich genau diesen Fehler. Ihr glaubt, wenn ihr es nur hart genug versucht, viel mit ihr schreibt und viel Zeit in sie investiert, wird sie eventuell Interesse an dir entwickeln. Als eine Art Belohnung für deine Anstrengungen. Aber das ist totaler Blupil-Blödsinn. Ich würde an deiner Stelle mit dieser Scheiße aufhören. Ich war auch schon mal da. Diesen Fehler habe ich zu oft gemacht. Ich könnte weinen, wenn ich zurückdenke. Wenn sie sich nicht sofort zu dir hingezogen fühlt, kannst du auch sofort die Biege machen. Pass gut auf. Frauen operieren wie Treibsand. Desto härter du es versuchst, desto schneller wirst du sinken. Je mehr du in sie investierst, desto weniger Interesse wird sie auch haben. Desto weniger du tust, desto mehr Anziehungskraft wirst du erzeugen. Wenn von Anfang an kein Interesse da ist, versuch es gar nicht erst. Und bevor jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich hatte aber Freundinnen, mit denen ich erst nach drei Jahren Sex hatte. Oder erst dann sind wir mal zusammengekommen. Es kann natürlich passieren, dass sie im Laufe der Zeit nach Monaten und Jahren Interesse an dir entwickeln wird. Vielleicht hat sie ja ihren damaligen Typen abgewiesen und sie sucht wieder. Vielleicht hat sie Bekanntschaft mit der Mauer gemacht und will jetzt einen Versorger. Es gibt viele verschiedene Gründe, aber im aktuellen Moment, zu dem Zeitpunkt, hatte sie gerade kein Interesse an dir. Das wollte ich euch damit mitteilen. Also wenn du komplett damit aufhörst, in Frauen zu investieren, kommen sie meistens rum. Indem du permanent in sie investierst, schenkst du ihr immer mehr Aufmerksamkeit und sie langweilt sich zu Tode. Wie gesagt, ist eine gute Analogie dazu Treibsand. Du singst und singst und singst und singst und es ist die Mühe echt nicht wert. Das ist total absurd, aber das ist so. Wenn es sich von Anfang an so anfühlt, als wirst du einen Zahn gezogen bekommen, dann ist es die Mühe einfach nicht wert. Sie hatte von Anfang an nicht genug Interesse und du kannst durch Investitionen nur noch tiefer sinken. Schenk einer Frau niemals unnötig Aufmerksamkeit. Sie muss es sich verdienen.